Und wie das Schicksal so will fahre ich gerade weiter um die Insel herum und ich finde mehr Türme. Diese sehen noch mal anders aus. Das ist eine Festung oder es ist ein Tempel. Es ist eher ein Tempel. Ich sehe nichts, was auf eine Truhe hindeutet. Das ist ein interessanter Block da in der Mitte. Ich könnte mich natürlich draufstellen und schauen was das ist, aber wir sehen es ist eine Grube. Ich bin echt gespannt was das für ein Material ist. Wow, das ist eine Falltür. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist eine Falltür. Ich habe mich ein bisschen hier wie in den Indiana-Filmen, in Indiana Jones-Filmen zurückversetzt. Gott sei Dank habe ich nicht einfach nur auf dem Block gestanden. Und da unten ist eine Truhe. Es ist eine Truhe. Wir haben eine Truhe gefunden. Sehr schön, sehr schön. Schade, hier diese Strukturen. Oh, es ist nicht nur eine Truhe. Oh, ich habe eins zu viel rausgenommen. Oh ne, ist genau richtig. Es ist nicht nur eine Truhe. Sind es zwei? Es sind ganz viele. Es sind, ich denke mal, vier Truhen, die wir hier haben. Also wichtig ist, dass ich diesen Block bekomme. Ich nehme einfach mal gleich die eiserne Pickaxe. Wow. Und das lila ist blaues Terracotta. Wer kann mir erklären, was gerade passiert ist? Ich kann es nicht erklären. Also, schauen wir mal, ob ich das wiederfinden werde. Ich gehe jetzt einfach mal auf Schnelldurchlauf. So, das sind wir. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Wie bin ich gerade explodiert? Ich kann es nicht erklären. Aber versuchen wir mal vorsichtig. Wow. Die... Wow. Die Thun... Die Thun sind auch alle explodiert. Nein. Die Thun sind explodiert. Nichts. Ich kann meine Enttäuschung nicht in Worte fassen. Das ist eine riesen Explosion. Und die Thun und alles, was ich an Hab und Gut hatte, sind explodiert. Und ich habe ja gehofft, wenn ich hierher zurückkomme, dass ich wenigstens meine eiserne Pickaxe wiederfinden würde. Ich weiß, ich müsste mich da nicht so dran aufhängen. Aber ich mag es gerne, meine Sachen zu behalten. Wow. Es ist nichts mehr da. Ich schaue noch, ob irgendwo mein Hab und Gut herumschwirrt. Weil das war ja hier ungefähr auf dieser Höhe waren die Thun positioniert. Boah. Also, wow. Was für eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier in die Luft fliege und dass ich alles verlieren würde. Äh, wow. Das ist ja wirklich... So. Boah. Ich kann mir das nicht erklären. Die Frage ist, äh, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich bin hier runtergegangen, da war eine Truhe, da war eine Truhe. So, an jeder Ecke war eine Truhe. Und ich dachte, Jackpot. Und auf einmal fliegt das gesamte Ding in die Luft. Ihr habt alles gesehen. Also, ich bin jetzt so neugierig, was da gerade passiert ist. Ich gehe jetzt gleich nochmal zurück und mache dann da die Zeitlupe, dass wir das nochmal sehen können. Also, was lernen wir daraus? Äh, diese... Tempel sind gefährlich. Also, das war kein Creeper. Ein Creeper macht... Also, ein Krater, der ist vielleicht 3x3. Der ist so groß. Und was da unten passiert ist, das ist ein Krater, der ist... Keine Ahnung... 15x15, sowas in dem Dreh. Unglaublich groß. Also, vielleicht darf man einfach nicht den unteren Boden berühren. Vielleicht ist das ja das Geheimnis. Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich keine Fackeln. Und ich hoffe mal, hier sind nicht irgendwelche Creepers drum herum. Ich schaue nochmal, ob vielleicht oben drauf etwas ist. Oh, oben gibt es einen Eingang. Und schaue ich direkt runter. Sehr cool. Es gibt einen Turm. Ah... Da kommt man in den Turm hinein. Jetzt verstehe ich es. Und der Turm geht noch höher hinaus. Aber... Nicht für uns. Wow. Und das ist nochmal der Blick nach ganz unten. Es ist ein Tempel. Es ist interessant. Da unten sind Monster. Da ist eine Spinne. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal die Beine in die Hand. Um runter zu kommen zum Wasser. Und dann fahre ich erstmal zurück. Und bevor überhaupt Zeit vergangen ist, habe ich euch gleich zurückgeholt. Ich habe mir gedacht, ihr könnt einfach mal schauen, wie ich schnell wieder aufbaue. Also, ich hole mir Holz. Ich verwandle das Holz in Flanken. Ich verwandle eine gute Hälfte davon in... Ah, das war zu viel. Und ich brauche zuerst Stöcke. Das heißt also, dann brauche ich die Hälfte auf, um Stöcke zu machen. Dann brauche ich ein Boot. So, dann möchte ich einen Stein... Ich möchte Copplestone haben. Copplestone habe ich reichlich. Dann gebe ich mir ein Schwert. Zweimal die Pickaxt. Zweimal die normale Axt. Und zweimal die Schaufel. So. Dann kann ich die Steine wieder weglegen. 20 Stöcke. Kann ich schon mal die Steine zurücklegen. Ich glaube, hier ist die Kohle drin. Aus diesen 6 Kohle und 21 Stöckern. Also kann ich dann 24 Fackeln machen. 24 Fackeln sind gut. Ist ein guter Anfang. Ich möchte ja einen Stollen finden. Und deswegen brauche ich mehr. Aber ich kann jetzt wieder darauf zählen, wenn ich die Stöcke mitnehme. Dann kann ich mir ja aus den Stöckern mit Kohle dann mehr Fackeln machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal diese 3. Mache jetzt da noch 2 Fackeln raus. Das reicht. Und die restlichen Planken kann ich dann zurücklegen. So. Das ist jetzt mein Gameplan. Nein. Ich habe jetzt eine Ausstattung. Ach. Ja. Ihr habt recht. Jetzt bin ich ja klüger geworden. Und ich weiß, wenn ich jetzt Gold finde, nehme ich ihn auch noch mit. Die habe ich ja gerade verloren. Und jetzt habe ich, wie gesagt, die eiserne Pickaxe. Das kann man so hübsch sortieren. Man kann es so z.B. übereinander legen. Dann sieht man immer, wie viel man hat. Je nachdem, wie man möchte. Und natürlich etwas zu essen, falls man von einem Creeper besucht wird. So. Auch da habe ich nicht mehr viel. Noch ein paar Melonen. Also. Wenn ich jetzt wirklich Hunger hätte und ich bräuchte etwas, würde ich mir jetzt eine Angel bauen. Ich habe Metall. Ich habe Spinnenweben. Und ich habe Stöcke. Das heißt, ich könnte mir eine Angel bauen. Und dann muss ich einfach nur die Angel hier ins Wasser werfen. Machen wir es doch einfach mal. Gut. Angel. Spinnenweben sind hier. Und Stöcke habe ich in der Hand. So. Dann schauen wir einfach mal. Eine Angel. Oh. Man braucht noch nicht mehr Metall dafür. Einfach nur Spinnenweben. Und das war es. So. Dann kann ich den Rest wieder weglegen. Metall hier hin. Und da waren die Spinnenweben. Und nur um euch das zu zeigen. Man kann immer überleben. Rechte Maustaste. Kurz klicken. Loslassen. Und dann sobald er anfängt einzutauchen. Dann springt die Boje hoch und runter. Das zeigt, dass da ein Fisch dran ist. Ich dachte gerade mit den Luftblasen, die da kommen, das wäre vielleicht ein Zeichen. Aber nein, es ist sehr deutlich, wenn ein Fisch anbeißt. Dann springt es auf und ab. Oh. Und da. Jetzt haben wir es. Und wir haben einen Fisch. Das ist ein Fisch raw. Also ein roher Fisch. Aber auch rohen Fisch kann man essen. Aber ich habe gerade keinen Hunger. Ihr seht, ich habe also volle Energie. Das heißt also, ich kann da nicht viel mitmachen. So. Das heißt, da sehen wir gleich wieder eine blaue Linie, die dann auftaucht und die auf den Köder zufließt. Und dann springt die Boje unter Wasser. Warten wir nochmal. Na, kommt ihr kleinen Fischlein. Oh, hier. Da ist eine Linie. Und eingebissen. Zack. Und tada. Da haben wir ihn. So. Jetzt mal ein kleiner Abwehrwand. So. Wir haben jetzt zwei von diesen Ködern. Jetzt müssen wir schauen wieder, wie sieht es von der Zeit her aus. Ich kann das nicht abschätzen. Aber wir machen es so. Ich habe jetzt wieder eine Ausstattung. Und ich bin jetzt vorsichtiger. 36 Fackeln. Und ich versuche einen neuen Stollen zu finden. Bis dann. Ich habe einen neuen Stolleneingang gefunden. Es ist ein bisschen Fahrt dorthin. Und ich hoffe mal, ich finde es sofort wieder. Ich bin einfach mal um diese Insel gefahren. Und habe dann nach einiger Zeit einen Stolleingang gefunden. Und ich hoffe, der ist tiefer. Oder der des Stollen geht weiter, als das, was wir so weit gesehen haben. Dann. Fangen wir mal an. Upsala. Ja. Okay. Da fällt gleich alles runter. Alright. Also. Ja. Also hier geht es in den Berg hinein. Und. Ah. Ein Händler. Und da sind Schienen. Also. Das sieht schon jetzt größer aus, als den vorigen Stollen, den wir gesehen haben. Und ein Creeper. Ja. Hallo. Das ist ein kleiner Krater. Ihr erinnert euch. Wir haben ja vor kurzem erst den großen Krater gesehen. Und. Was davon passiert ist. Das war. Wirklich eine riesen Explosion. So. Und da haben wir gleich eine Truhe gefunden. Schaut. Wieso mache ich das jetzt hier erst weg? Ich will mir ein Gefühl geben, was alles hier um die Ecke lauern könnte. Und deswegen entferne ich hier diese Blöcke. So weit, so gut. Oh. Ich habe gerade eine Spinne gehört. Habt ihr die auch gehört? Ja. Weiß noch nicht, wo sie ist. Wie gut. Ich nehme erstmal alles mit. Und. Okay. Langsam rückwärts. Oh. Hier unten ist mehr. Oh. Eine Katze. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hört. Aber die ist nicht im Spiel. Okay. So. Die Spinne wird übel. Das weiß ich nicht. Okay. Da sind ganz viele Spinnen. Spinnenweben. Alright. Und eine Spinne ist rausgekommen. Und jetzt heißt es erstmal weglaufen. Ah. Da ist sie. Alright. Also das war jetzt nicht angenehm. ein. Und ich glaube da habe ich schon die nächste. So. Gut, dass ich mitgedacht habe und mir was zu essen mitgebracht habe. Aber. Ich weiß schon jetzt. Diese Spinne wird mir den Tag schwer machen. So. Ich kann schon die nächste hören. Ich dachte eigentlich, ich hätte es jetzt das Spinnengewebe zerschlagen. Habe ich auch. Aber. hier ist irgendwo noch eine Spinne. Ich kann sie hören. Ja. Ja. Na ja. Also gut. Ich bin. Ich bin gestorben. Ich muss wieder hinfahren. So. Ja. Und da sind wir. Ist das der richtige Eingang? Oha. Ich glaube ich habe einen anderen Eingang gefunden. Aber. Spinnenweben. Ach. Das ist genau dort, wo ich gerade umgekommen bin. Sehr praktisch. Okay. Und die Spinnen sind nicht mehr da. Noch praktischer. Und ich habe zu viel aufgenommen. So. Das heißt, ich mache mir hier den Weg frei. Und. Okay. Ich habe den Weg nicht sehr viel freier gemacht. Also. Fluchtweg ist wichtig. Da ist mein Boot. Gut. Ich habe mir eben gerade. Gerade wieder alles hergerichtet, was ich brauche. Ihr kennt ja den Prozess mittlerweile. Ich habe mir. Die wichtigsten Werkzeuge gegeben. Und dann auch eine. Eiserne. Pickaxt. Um vorbereitet zu sein. Ich habe. Wie viele Fackeln? 57 Fackeln. Und ja, das ist. Ich dachte, ich habe jetzt schon wieder eine Spinne gehört. Wow. Wow. Okay. Das ist. Definitiv groß. Ich kenne. Solche Terracotta. Stollen noch gar nicht. Ich kenne die eher. Also aus normalen Stein. Das heißt also für mich ist das auch. Neu. Und ich schaue einfach nur, dass ich weiterhin Sachen aufnehmen kann. Äh. Hier habe ich ja eine Truhe. So. Das heißt, hier kann ich. Äh. So. Die Schuhe kann ich mir anziehen. Habe ich diesen Platz frei gemacht. Hier kann ich. Etwas ablegen. Ich möchte gerne. Also Nahrung möchte ich behalten. Activate the rail. Damit kann ich gerade sowieso nicht umgehen. Und Pflanzen kann ich auch gerade nicht pflanzen. So. Jetzt habe ich wieder Platz gemacht. Und jetzt kann ich schauen, was ich weiter so finde. Genau. Und die Richtung kann ich nicht laufen. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. So. Und das sieht aus, als ob ich hier in einen Raum komme. Das ist wie ein. Wie nennt man das? Einen. Verteilerraum. Das heißt also hier. Geht es in einen neuen Schacht hinein. Da oben. Na. Das ist kein Ausgang. Ne. Aber das scheint hier um ein Ausgang zu sein. Das heißt. Hier kann ich auch weiter suchen. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Dann habe ich noch die generelle Fluchtrichtung im Kopf. Und. Ihr wisst. Unser Thema ist immer entkommen zu können. Und das ist ein richtiger Stollen. Also hier. Geht es wirklich in alle Richtungen. Also das ist der. Tunnel. Der dann auch zum Ausgang führt. Den behalte ich im Kopf. Und hier bin ich jetzt hochgegangen. Und. Hier gibt es dann schon wieder eine Gabelung. Es geht nach links. Geradeaus. Und nach rechts. Also gehen wir mal zuerst nach links. Und immer wieder vorsichtig. Weil. Hier könnten. Zombies und Creepers auf uns warten. Aber ja. Es zieht sich. Einiges. So. Finde ich gut. Dann entferne ich mal den Block. Ich glaube hier geht es auch schon wieder weiter. Ja. Da geht es runter. Und da geht es hoch. Oh ja. Das ist ein ganz. Gutes Labyrinth. Die Frage ist. Die Frage ist. Wie viele Fackeln brauchen wir wirklich. Und. Ich kann es schwer abschätzen. Ähm. Ich setze lieber mehr Fackeln. Als zu wenig. Ich. Und. Äh. Äh. Die Fackeln verhindern halt auch. Dass sich dort. Äh. Wieder Monster. Bilden können. Weil die kommen ja eigentlich nur aus dunklen Gegenden. Und schaut. Hier. Das hat jetzt wieder funktioniert. Ich habe einfach mal durch die Wand durchgehauen. In der Hoffnung, dass hier etwas wäre. Und da war was. Das ist halt. Gefährlich. Weil hinter jeder. Diese Ecken. Könnte. Jemand lauern. Und das ist ein sehr großes. Labyrinth. Ich nehme jetzt schon mal das Gold mit. Und da höre ich auch schon ein Zombie. Die Frage ist nur. Ist der vor mir? Ist der hinter mir? Boah. Das zieht sich wirklich. Weil das Ganze ist in Terracotta gehalten. Oh, da ist ein Ausgang. Wie praktisch. Und hier unten sind weitere Treppen. Oh, da ist ein Creeper. Wie unpraktisch. Ja, ich dachte ich wäre weiter weg. Ich will ehrlich sein. Das war. Das war zu nah. So. Aber ich glaube hier ging es zurück für mich. So. Zuerst. Also hier kenne ich den Weg. Hier kann ich dann schon mal was essen. Habe ich noch was zu essen dabei? Wassermelone. Und keinen weiteren Fisch. Na gut. Also dann. Gehe ich erstmal zurück zum Anfang. Ich folge jetzt einfach mal den Fackeln. Das ist hier ein dunkler Tunnel. Und da will ich einfach nur mal Fackeln setzen. Um zu schauen, dass da nichts kommt. Sind wir ein Opfer des Goldes? Wir sind ein Opfer des Goldes. Alles was so schön glänzt. Müssen wir einfach mitnehmen. So. Und ich habe jetzt meine Fackeln soweit aufgebraucht. Aber ich kann wieder neue machen. Acht. Und über mir. Schaut, das ist ja ungewöhnlich. Wir haben hier in der Luft schwebende Gleise gehabt. Sehr cool. Das ist sowas wie sie existieren, bis man sie berührt. Und dann fallen sie in sich zusammen. Und das war jetzt hier gerade der Fall. So. So. Zuerst möchten wir die mitnehmen. Und dann möchten wir schauen, was hier oben ist. Es geht noch weiter höher. Wow. Das ist ja wirklich faszinierend. Und seht ihr es? Das ist jetzt wieder. Das kenne ich gar nicht. Das ist hier dieser Sandstein aus dem Nether. Ich kann nicht erklären, wieso der hier ist. Wow. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass in einem Tunnel hier einfach dieser Sandstein ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bin mir nicht sicher. Und es öffnet sich ein weiterer Weg. Wow. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Oha. Wie vielen Spinnenweben, die kennen wir jetzt. Wir wissen genau, was sich dahinter verbirgt. Also, gehen wir mal in sicherem Abstand hier hin und schauen, was wir uns holen können. Also. Fackeln. Fackeln sind gut. Samen brauchen wir nicht. Das ist wieder interessant. Ich tausche jetzt einfach mal das aus, weil... diese Glowberries kann man auch essen. So. Und dadurch kann ich mir wieder Energie aufbauen. So. Was ist das? Anstatt zu kämpfen und zu überlegen, was soll ich damit machen, lege ich es einfach hier rein. Problem gelöst. So. Vier weitere. Da oben. Also. Wo kam ich her? Ich versuche mir gerade mal den Weg zurück zu orientieren hier. Da komme ich nicht her. Da komme ich nicht her. Da komme ich nicht her. Selbst wenn ich hier nichts mache, indem ich jetzt einfach nur die Fackeln aufsetze, verhindere ich, dass sich später hier Zombies und Creeper bilden. Das ist ein wirklich großer Tunnel. Also. Man kann sich verlaufen. Ich verlaufe mich hier gerade. Oh. Das ging schnell. So. Wenn man genau hinschaut. Wenn ihr jetzt nochmal zurück spurt und ihr schaut es euch an, dann seht ihr, in dem Kasten hat sich eine Spinne gebildet. Und die Spinne, keine Ahnung, braucht es sagt einfach mal 15 Sekunden. Und wenn man schnell genug ist und man kann direkt mit einer Pickaxt, idealerweise mit einer Eisernen Pickaxt dagegen hauen, dann dauert das vielleicht 10 Sekunden, die zu zerstören. Das heißt, Mathematik sagt hier, oh Gott, das habe ich jetzt gemacht und durch den Glitch hat das jetzt nicht gezählt. Ja, super. Also. Habe ich das nochmal. Es ist echt. So. Ich glaube, was ich machen werde, ist, bevor ihr jetzt mich begleitet auf dem Weg nach draußen, weil das kann lange dauern und das kann natürlich werden für mich, werde ich dann hier einfach mal eine Wand um mich bauen. Und ich werde die Aufnahme stoppen. Genauso werden wir es machen. 했습니다.